Gucken Sie an! Der Omensohn war da drinnen! Hast du das gesehen? Der Omensohn war da drinnen, der so geschaut hat, ey! Was? Der so geschaut hat! Was kommt wieder? Soll ich das so lang kommen? Vielleicht ist das so wie eine Art Checkpoint! Jetzt kommt er nicht! Links? Jetzt musst du vielleicht links! Guck jetzt mal da durch! Geht nicht, gell? Ich kann nur zutun und auch noch! Bis hierhin! Okay! Ja, dann geh jetzt mal nach oben! Ich muss ja fast da! So! Ich will mal Türen schließen, liebe Leute! Scheiß Kamera, wie sehr schrecklich! Okay, ich muss ein bisschen ruhiger! Mhm! Einfach geradeaus! Warte mal! Jetzt gibt ja die Kamera! Die ging ja die ganze Zeit! Die Kamera! Äh, die Kamera! Es war ja zwei gegen die! Nein, nein! Es war ja zwei gegen die! Ja! Das war echt gut! Ach, kein Scheiß, Alter! Man hört dann den Stuhl von dir! Ja, wir müssen hoch! Ja, wir müssen hoch! Oh! Du Hornsuh! Mach nochmal! Flitzlicht! Hoch, hoch! Wir müssen hoch! Auf jeden Fall! Das war ein Zeichen! Da rechts ist nur so eine Markierung! Sorry, Leute, für die Kraftausdrücke! Ich kann es nicht kontrollieren! Der redet immer so daheim mit seiner Mutter so! Was? Ich kann mich nicht gleich... Warte, was sind denn die Bilder? Links, links, links! Die Bilder! Ah, das sind nur so Teller! Ich kann mich nicht gleichzeitig nissen und... Oh, da war was! Ist das nicht dieser kranke Raum hier? Wo wir... Das ist doch der... Oh, da ist das Schaufenster-Ding da! Oh, guck! Ist das eine Tür? Die war ja die ganze Zeit da! Puh, laber nicht! Aber hier ist dieser Schaufenster! Ja, ja! Das habe ich schon gesehen, ja! Auf jeden Fall werde ich hier nicht dumm! Siehst du? Also... Ah, da ist ein Radion! Nausschalten! Na ja! Ist mir schon klar! Boah, halt... Probier ein bisschen ruhiger zu halten! Ich krieg Kopfschmerzen! Ja, du bist doch empfindlich! Reingestellt! Rechts! Rechts! Von rechts! Von rechts! Drück! Stopp! Dann schalt die Empfindlichkeit ein bisschen um! Nein, nein! Das geht schon! Das muss ich bis nachher! Nein, nein! Der wird vor dir sein! Der wird vor dir sein! Das Junge! Da drinnen! Nein! Lauf weiter! Lauf weiter! Der kommt von hinten, ja! Der kommt von hinten! Der kommt von hinten! Der kommt von hinten! Der kommt von hinten! Der hinten blitzt! Ich glaub, das bringt nichts! Du verwirrst mich! Langsam! Schau mal! Wir sind hier in so einem komischen Raum! Der kommt gleich! Der kommt gleich! Der kommt gleich! Der ist mir immer lauter! Er ruhig dich! Ich sehe ihn schon! Wo ist er denn? Wenn du ihn siehst! Er ist hinter dir! Er ist hundertprozentig hinter dir! Das ist in diesem Schrank da oder so! Es hat aufgehört! Das ist ein ganz schlechtes Zeichen! Weil jetzt denkst du, es ist vorbei! Und jetzt kommt gleich was! Das heißt, ich bin richtig! Ja! Hallo! Nichts schon wieder! Oh nein! Jetzt muss ich ihn natürlich suchen! Meinst du? Ich nehme es an! Okay, wir sind mal richtig! Kannst du die aufmachen? Nee! Du kannst die ernsthaft aufmachen! Nein! Muss ich denn jetzt ernsthaft suchen? Nein! Der ist nie im Leben in so einem Schrank! Der war doch vorhin im Schrank! Aber ist das... Das heißt, dass es ja immer in einem Schrank ist! Geh mal da vorne hin, wo es Licht ist! Geh mal da vorne hin! Weißt du das? Weißt du das? Da weiß ich was! Das ist mein Magen! Geh da vorne, wo es Licht ist! Geh doch da hin! Der bringt dich um! Ich wette es mit dir! Der kommt gleich aus einem Schrank raus! Welches Licht ist hier? Da vorne, siehste Licht! Das hin! Die haben lange Licht, dann! Da, zacklich! Ich wette, irgendein Schrank ist offen! Irgendein Schrank wird offen sein! Okay, du musst ihn vielleicht wirklich in den Schränken suchen! Ich glaub nicht, dass er mich jetzt angreift! Bis ich ihn davon habe! Du bist optimistisch! Okay, du musst tatsächlich die Schränke aufmachen! Das ist der Ego! Links! Ich höre ihn links! Da irgendwo! Du hörst es immer laut neben deinem Schrank! Du hörst es immer laut! Aber ich schwör, der einen Schrank ist lauter! Ich frage mich, ob ich die ganz öffnen muss! Nein, 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 nein! Das glaube ich nicht! Warte mal, ich mach mal den empfindlich! Wann hast du die empfindlichkeit? Okay! Option! Steuerung! Ähm! Das so! Beides! Muss ungefähr gleich machen! Tut mir leid, liebe Leute! Ich bin ein bisschen unter Angst zu stellen! Ich hoffe, er kann das verstehen! Weiter spielen! Besser? Ja! 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 Aber jetzt kann ich mich nicht so schnell drehen! Aber wir sind okay! Schau mal, ich kann... Ich kann... Ich kann... Wir hören, was sie sagen! Ich wurde von hinten umgebrochen! Was hast du gerade gesagt? Man kann Geschichte hören! Ich habe einen falschen Kebab gegessen! Der war für... Kebab war auf den Boden gefahren! Sehr genau! Und am besten hat er gestorben, ne? Der Junge hat mein Spielzeug geklaut und hat mich geschlagen! Ähm... Sehen die Schränke alle gleich aus schon, gell? Ich habe nie als seine Mutter gesehen, und dann bin ich von Schränke gestorben! Hallo! Mach doch was! Ich glaube nicht, dass du immer extra beide Töne auch machen musst! Weißt du? Okay, jetzt höre ich was! Aber man muss jetzt wirklich da jedes Scheiß... Nee, lauf mal ein bisschen rum! Vielleicht ist ja irgendwo noch irgendwas anderes! Ich mach mal was dann! Oh! Nochmal! 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 Blitzlicht! Oh! 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 Ich mach mal Space Point! Kann man nicht! Hier dringend kannst du nicht speichern! Oh! Schärerspeicherung? F5! Okay! Okay! Ah! Da ist noch ein Schrank! Da ist noch ein Schrank! Oh! Dahin! 73 Oh! Na ja! Every night! Du! Na ja! Na ja! Das kommt sichern aus! Was ist guter? dabei ist es langsam wo du siehst den Schatten das bringt nichts aber hängt es sollte einer hängt sein oder die Welt auf dem Kopf ich hab' ich selbst gar nicht mehr hat man und jetzt schrei oder zu da ist doch wo denn? da steht doch der war die ganze Zeit da ich will einfach den Schlüssel und hier raus was ist denn für ein Schlüssel? Haustier-Schlüssel? Garagenschlüssel, Schlüssel für ein neues Haus aber ohne Monster du wirst rechts, dann müssen wir wahrscheinlich ein neues Haus auch drauf hier geht nicht, geht nicht, geht nicht ich hab' nicht gelegen zu ich kann nicht ach das sieht so aus, als würde er hinter dir stehen aber von was? da ist ein Projektor ach der zeigt doch nach rechts wo zeigt er nach rechts? warte mal das ist vom Kopf gestellt boah kriegt ich ja Kopfschmerzen wenn ich das sehe ist hier oben kriegt es hier einen Hinweis ein Hinweis kennst du das? und wo kommt das? Kinder wir haben gerade blau und schlau gelöst wir haben blau und schlau gelöst wir haben blau und schlau gelöst da wirst du lang müssen ich renne immer, hab ich gerade gerne nein, nein, dreh dich da einfach nicht um blitz, 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 blitz blitz, 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 blitz ja, siehst du? links, links ja, aber er ist ja weg ich hab ihn gewitzlicht ich hab ihn gewitzlicht ja oh, das ist wieder dieser Ponder nein, ich glaub er würde sich hier reingehen hörst du das? alles gut das ist das Stuhl, Junge ja, chill er hat sich zu bewegen ich werd das im nachhinein hier so, ähm so Kiffermusik einfügen so so genau so Reggaemusik oder irgend sowas da ist aber nichts, gell? ja, ich geh' wieder aus da hat er sich bekifft na, da, da na, da gut ok, das geht auch Da ist er, da ist er Der Wichser Blitz da rein Du, du, du läufst Rückwärts laufen würde ich nicht Ja Mhm Da ist nichts Vor allem glänzt da rein, hat er gesagt Wo ist die Zeit? Nichts Hier war zuletzt Das ist versperrt Einfach schnell durch Augen zu und durch Ah, das ist ein Saferaum Was ist ein Saferaum? Du, das ist einfach mal nur ein Licht Was ist denn da ein Saferaum? Oh ne, da ist ein kleiner Gang Ja, genau Ich bin nicht da gefangen, oder? Oder? Genau Ich finde das so gemein Ich weiß nicht, wo er hinten und vorne ist Jetzt kommt die junge Mary Alter, ich weiß nicht, wie ich mich drehen soll Ich bin tot Ich bin tot Bisschen links, genau Ja, ich geh schon links Du darfst nicht gehen, du musst ja da lang Du siehst oben an der Decke Jetzt ein bisschen rechts Halt, guck mal ein bisschen auf den Boden Ein bisschen auf den Boden gucken Genau, kommst du, du kommst gar nicht durch Ein bisschen rechts gucken Da ist Sackgasse, du musst wieder raus Ich bin tot Ja, richtig, geradeaus jetzt Das war richtig Nee Da lang Ich geh weg von mir Rechts, 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 rechts Geh mal dahin, ja Das ist hinter mir Das ist hinter mir Geh weg Da ist er gar nicht Aber hast du gesehen, als ich ihn vorhin geblitzt lichtet hab Ja, ist abgehauen Er ist nicht so fotogen, ne? Mhm Kannst du den Stuhl wegschieben? Na, schlossen, es gibt Es gibt hier keinen Hinweis drauf, welcher Schlüssel funktioniert nicht Da hab ich gar nicht hoch Nee, geht nicht Ich glaube, ich muss in diesen Raum da Geh nochmal rein, ja Lauf ein bisschen langsamer und erkunde den ein bisschen besser Feuer kannst du immer noch nicht anmachen, oder? Nö Aber ich werd auch nicht verwirrt Ja, das ist schon mal ein guter Vorteil Das ist mein Vorteil Du musst Warte mal, vielleicht ist das auch fies Vielleicht hinter der Tür? Nee Okay, ich geh jetzt ganz langsam Mach die Tür wieder auf, damit du den Rückweg auch wieder am schlimmsten Fall findest Deswegen Licht Genau So, ja, genau Ich mach immer kleine Schritte Boah, man sieht fast gar nichts Ja, jetzt kommt bestimmt wieder das Merry Kind, Mann Nachgratsch Wart mal jetzt Genau da Noch ein bisschen Kannst du auf den Stuhl draufklettern? Ja, wahrscheinlich, ja Nee, gell? Nee Geht nicht Da ist nichts, gell? Guck mal nach oben Wart mal Da ist noch irgendwas Ja, das sind nur Zeichnungen, oder so Ah, jetzt bin ich zu nah an der Wand Ich weiß nicht Naja, ich glaub das ist falsch Da kommt doch was Ich glaub man muss auf den Stuhl So? Nee Nee, in den anderen Räumen vielleicht Dass so ganz rechts ist Geh in den Grasraum Wart mal, wenn ich so in der Ecke stehe Kann ich ihn leichter Ja, der ist ja gar nicht da Oh, da war ich noch nicht Doch, doch, da war der Schrank Nee, nee Da war der Schrank drinnen, in dem Raum Ah, vielleicht ist er wieder da Nein, du darfst dich nicht drehen Wart mal Wart mal, dafür wäre es nicht Ah, da ist noch noch Nochmal da rein, ha? Ich glaub ich doch vorhin die Tür zugemacht Ich glaub, ah, ich glaube der Raum diente dazu Er ist doch da rausgekommen Ich glaub ja, die Worte uns zeigen, wir müssen uns hinsetzen, also Hattest du dich hingesetzt? Jetzt hab ich das nicht gesehen Ah, du musst dich auf die Stühle setzen Dann musst du dich in der anderen Ah, Tatsache Aber vorhin konnte ich nicht bei den anderen Der ist rechts, wenn dann ist er rechts, wenn du rausgehst jetzt Warte, ich kann meine Kamera nicht Ich kann meine Kamera nicht benutzen Das ist ja gar nicht passiert, glaub ich Voll komisch Ich glaub ich muss da rein Mich kurz hinsetzen Einen Kaffee nehmen Letzten Speicherpunkt Oh ne Ne, ich weiß ja wo ich hin muss Ah ne, ah, da war doch noch dieser Ich weiß jetzt nicht in welchem Schrank er war Warte, drück mal Drück mal escape Drück mal escape Drück mal auf laden Spielladen Zumal wurde da nicht Weiter unten Auch nicht oben Da will ich nicht wieder zurück Ganz oben, was ist das? Auch nicht Leute In diesem In diesem Punkt Denkt niemals zurück Von der Vergangenheit Vergangenheit ist vergangen Niemals zurück Zu Slot 1 Genau Slot 1 Wäre ganz geil Lebenswanns Eisheit von Senex Warte mal, ich weiß nicht in welchem Das war irgendein mittlerer Das war einer in der Mitte Ich glaub da ist irgendein Scheiße Scheiße Komm einfach zweimal Also den Schrank darfst du nicht mehr aufmachen Ja welcher Schrank Ja welcher Schrank war das? Welcher Schrank war das? Schau mal wenn ich's von hier aufdrück kann mir doch gar nichts passieren Mach mal Boah Boah Alter Wollen wir Wollen wir Jetzt weitermachen? Wollen wir wechseln mal? Ich hab schon gedacht Kannst du jetzt noch was? Was hast du geschickt? Leute Ich glaube der hier hat grad Motivation Dieses Labyrinth zu spielen Ich reiß dem jetzt Ich brauch ein bisschen Pause Kannst du das Wasser geben bitte? Hast du gesehen? Ich hab den Schrank von der Seite geöffnet Und du hast trotzdem vorne Der hat dich so rumgedreht Ich muss nicht mal auf diese Scheiß Tür vor mir schauen Was ist das denn? Ich wollte meinen Kopf so dass ich die Tür nicht sehe wie sie aufgeht Wieso sollte die Tür aufgehen? Ich weiß nicht wie sie kommt Das ist gut Ey Leute was hattet ihr von diesem Spiel? Ich glaube ab Part 3 Part 3 oder? Ab Part 3 ging's so richtig krank Ja Part 3 war richtig krank Okay Ey was ist mit deinem ersten? Warte mal Er ist da Da ist der Aber dann hast du dir beim Dann hast du dir Der war jedes mal in den anderen Da ist auch nicht Der hätte dich schon angegriffen Nein Aber überleg mal Beim ersten Mal hast du dir dann richtig viel Glück gehabt Wo du alle Schränke aufgemacht hast Ich glaub du darfst nicht so auf du machst einfach von vorne Ah geht doch zu diesen Geräuschen Wow Ich bin nicht mehr um es trotzdem in die Augen zu tun Ich bin nicht mehr um es trotzdem in die Augen zu tun Ich bin nicht mehr um es trotzdem in die Augen zu tun Die Missgeburt Mach immer witz nicht Das bringt ja nichts Das bringt ja nichts Da ist was Da ist was Nichts Nein Geh da Nein Hinter dem Der da war Der da war Das triggert dann irgendwas Ah Warte das Licht hat Noch zu Mach wieder zu Du musst einfach ein paar öffnen Der ist da drin Hhhhh Guck ihn dir an Der ohne Zunge war da drin Was hast du das gesehen Ich hab da rein Der hat der so geschaut hat Ey Was Der so geschaut hat Alza Hast du nur so geschaut Guck so Ja ja Ich wette man muss sich auf die Stühle setzen hier guck Nee Ja, ich dachte man muss sich vielleicht auf die auch setzen. Man muss sich auf den richtigen Stuhl setzen. Ja, guck mal hier. Ja. Das lässt sich auf den Kopf sein. Das soll sein können. Warte, lass mich sitzen. Alter, du Mist geworden. Ey, ich spuck mich auf meinen Laptop hier, gell? Ich spuck auf den Mutter. Jetzt kommt der da, oder? Das letzte Mal hast du da gekommen? Da? Ne. Doch, einmal, einmal. Das ist nicht der We-Drown. Ja, stimmt. Einmal ist er da gekommen. Stimmt. Ich sitze hier hin. Und chill mal. Jetzt mach die Tür zu. Kannst du jetzt schon speichern? F5? Ne. Ne, was soll der Scheiß? Aber jetzt kommt er gleich. Aber dann musst du einfach Blitz-Attacke machen. Entweder rechts oder links ist er. Dann links. Jetzt ist er links. Ne, er ist links. Da ist er. Ja. Ja, er ist jetzt weg. Er ist weg. Meinst du? Ne, ich glaub irgendwie noch nicht. Ist alles hinter dir. Nein. Nein. Er ist weg. Oder? Ja, du musst ihn wirklich nur einmal treffen. Zweimal waren es gewesen. Ey, das Vieh ist scheiß schlimm, ey. War hier auch ein Stuhl drin? Ne, gell? Du warst schon auf dem Stuhl, gell? Ja, aber hier ist doch auch noch einer gewesen. Er hat zwar nur einen Schrank. Ah ja, den Schrank hab ich nicht geöffnet. Gell, war der das nicht? Den konnte man gar nicht tun. Ist nichts drin. Ah, stimmt aber nichts. Ja, ja, das war nur so ein Fake-Traum. Und jetzt kommt er, glaub ich, wieder. Ja, jetzt kommt er wieder. Ne, erst wenn du dich auf den Stuhl setzt. Wir müssen uns noch auf den Stuhl drüber setzen. Geh immer noch dort auf den Stuhl. Ging ja nicht, ging nicht. Aber vielleicht geht's ja jetzt. Ey, es geht erst wenn du auch auf einen anderen Stuhl gesetzt hast. Du hast auf dem ersten Stuhl gelernt zu sitzen. Guck, hier, ne? Okay, geht nicht. Das ist scheißegal. Alles gut, Mann. Das klären wir dann nach dem Stream. Ist mir scheißegal. Das ist besser zu klären als das Spiel, ey. Guck, da ist ein Schrank. Oh, das wird unfair. Mhm. Du kannst dich gar nicht mal sitzen, gell? Funktioniert nicht? Komisch. Das ist irgendwie etwas anderes. Da kann ich jetzt so durchsehen. Ich dachte, man kann da durchgucken, weißt du. Ach, vielleicht zeigst du dir den Weg? Ich bin's nicht geholfen, ey.